Nettdental. So einfach ist das. Wie beschreibt man ein Unternehmen, dessen Prinzip es ist, besonders einfach, unkompliziert und kundenorientiert zu sein? Genau so. Nettdental ist der Versandhandel für zahnärztliches Verbrauchsmaterial. Die erste Internetadresse für alle Praxisteams, die unkompliziert, schnell und günstig den täglichen Bedarf decken wollen. Der Slogan bringt es auf den Punkt. So einfach ist das. Auf der Startseite von nettdental.de finden Sie Verknüpfungen zu allen wichtigen Elementen unseres Portals. In der Mitte der Seite halten wir Sie fortlaufend über Aktionen und News auf dem Laufenden. Hier sehen Sie zum Beispiel auf einen Blick, welche Angebote und Aktionen im Shop auf Sie warten. Wenn Sie Informationen zu unserem Unternehmen suchen, werden Sie im oberen Bereich der Seite fündig. Außerdem gibt es hier Hinweise zum Thema Bezahlung und den Versandbedingungen. Neukunden können sich hier anmelden. Eine Anmeldung ist erforderlich, wenn Sie in unserem Online-Shop einkaufen wollen. Sie sind bereits Kunde bei uns? Dann können Sie sich hier bequem einloggen und mit Ihrem Einkauf beginnen. Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie über diesen Menüpunkt durch die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse ein neues Kennwort anfordern. Wenn Sie bereits genau wissen, wonach Sie suchen, geben Sie den Produktnamen, eine Artikelnummer oder ein Stichwort in die Suchfunktion ein und klicken Sie auf die Lupe. Das Ergebnis wird direkt angezeigt. In dieser Menüleiste finden Sie mehrere wichtige Punkte. Unter Produkte befindet sich eine Auflistung der Kategorien, in die unsere Waren eingeteilt sind. Durch einen Klick auf den gewünschten Unterpunkt gelangen Sie direkt in die jeweilige Rubrik des Online-Shops. Den gleichen Effekt haben übrigens auch die Kategorien auf der linken Seite. Sie gelangen schnell und unkompliziert mit einem Klick in den Bereich, der Sie interessiert. Haben Sie Fragen zu den Themen Entsorgung von Dentalabfällen, Reparatur von Turbinen, Hand- und Winkelstücken und Retour von bei uns gekauften Waren? Dann finden Sie ausführliche Informationen und Downloads im Menüpunkt Service. Der Download-Bereich enthält Datenblätter, Kataloge, aber auch die Einzugsermächtigung und Bestellformulare zum Herunterladen. Sie wollen lieber per Telefon beraten werden? Wir rufen Sie an. Klicken Sie auf das Telefon und tragen Sie Ihre Daten und eine Mitteilung ein. Die Uhrzeit bestimmen Sie, wann es am besten in Ihren Praxisalltag passt. Alternativ können Sie uns auch per E-Mail kontaktieren. Wir werden uns dann schnellstmöglich bei Ihnen melden. Kommen wir zur Bestellung. Dies beginnt mit der Registrierung. Um als Kunde bei netdental.de bestellen zu können, müssen Sie sich zuerst registrieren. Klicken Sie dazu auf Neu anmelden und dann auf den Button Jetzt registrieren. Bitte tragen Sie einen Nutzernamen und ein sicheres Kennwort ein. Das Kennwort müssen Sie dann noch einmal bestätigen. Füllen Sie nun Ihre Adressdaten aus. Bestätigen Sie Ihre Angaben und die Datenschutzrichtlinien. Zum Abschluss klicken Sie auf Konto anlegen. Jetzt erhalten Sie eine E-Mail mit den Logindaten und einer Kundennummer. Mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort können Sie sich nun jederzeit einloggen und sofort mit der Bestellung beginnen. In der Rubrik Mein Konto haben Sie jetzt Zugriff auf Ihre persönlichen Daten. Sie können Ihre Adresse oder das Passwort ändern, bisherige Bestellungen ansehen und die Einkaufsliste verwalten. Über netdental weiterempfehlen können Sie unser Portal anderen Kollegen vorstellen und eine Prämie kassieren. Produktsuche Sie suchen nach einem bestimmten Produkt? Dann nutzen Sie unsere Suchfunktion. Geben Sie einfach den Namen, die Artikelnummer oder den Hersteller ein und klicken Sie auf das Lupenzeichen. Im Bereich Navigation können Sie jetzt die Kategorie oder den Hersteller auswählen oder die Suchergebnisse direkt mit Bild betrachten. Sie können auch die Reihenfolge ändern, in der die Suchergebnisse angezeigt werden. Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, rufen Sie es mit einem Klick auf. Neben verschiedenen Bildern von dem Produkt finden Sie auch die Möglichkeit, sich Produktvideos anzusehen. Ergänzend wird das Sicherheitsdatenblatt zum Download angeboten, um Ihre Qualitätsmanagement-Vorgaben zu erfüllen. Das Ampelsystem hinter den Produktvariationen gibt Ihnen zudem Auskunft, ob das Produkt vorrätig ist. Jetzt geht es ans Bestellen. Wählen Sie die gewünschte Größe und die Menge aus. Die Ware landet dann mit einem Klick in Ihrem Warenkorb. Warenkorb. Der Inhalt Ihres Warenkorbs wird fortlaufend am rechten Rand angezeigt. Nach dem Klick auf den Button Warenkorb anzeigen, sehen Sie eine Auflistung der bisher ausgesuchten Waren und der Bestellmengen. Ab einem Bestellwert von 150 Euro liefern wir Ihnen die Ware ohne Versandkosten. Bestellen. Wenn Sie alle Produkte gefunden haben, überprüfen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie dann auf den Button Zur Kasse. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Ware an die von Ihnen angegebene Adresse liefern zu lassen oder bei Bedarf die Lieferadresse zu ändern. Klicken Sie jetzt auf Weiter. Jetzt sehen Sie eine Zusammenfassung der ausgesuchten Waren, der Preise und der Lieferadresse. Zum Abschließen der Bestellung setzen Sie jetzt einen Haken, dass Sie die Geschäftsbedingungen gelesen haben und akzeptieren, und drücken Sie Bestellung abschließen. Nach dem Bestellvorgang sehen Sie die Eingangsbestätigung. Diese erhalten Sie auch per E-Mail. Ich hoffe, unsere geile Tour konnte Ihnen weiterhelfen. Viel Vergnügen beim Shoppen auf nettdental.de Nettdental. So einfach ist das.